gut ich meine die müssen wir nicht ausschalten oder das ist nur einer ach nein natürlich habe ich daneben geschossen was denn auch sonst ich bleibe lieber noch ein bisschen hier ich muss mal kurz stoppen gut wir können weitermachen komm lauf schon weiter kann der nicht weiterlaufen wieso läuft der jetzt wieder zurück wer war das ist nicht ganz so cool gewesen gut der läuft also hier oben rüber schöner kann ich noch ein bisschen sichere regenerieren und dann ihm weiter hinterher laufen bin so sehe ich ihn am besten starten ok Ja, ich weiß, dass der hier ist. Das Witzige ist ja auch, wenn man hier sieht, wir laufen einmal komplett da drum, bis wir irgendwann da hinten sind. Oh, cool. Das kannte ich nicht, egal. Oh, cool. Ich weiß genau, wo du bist. Oh. 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 We have reports of an intruder. Checking it out. We'll transmit detailed positional data over covert channel. Snake, the location of a Resistance member has been forwarded to your map. Check it out. So, denn die hätten ihn auch gesehen. Wups. Das wäre nämlich etwas doof gewesen. Shit. Wir fahren hier Patrouille. Das ist gar nicht gut. Das war nicht gut. Ja, ich weiß, dass er hier ist. Ja. Was mache ich? Das ist jetzt nicht geil. Das ist gar nicht geil. Das ist gar nicht geil. Das ist gar nicht geil. Oh shit. Den kann ich einfach nicht treffen. Oh shit. Das darf mich nicht sehen. Gut. Ganz still sein und nichts sagen. Ja, 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 ist ja gut. Ich habe ja alles schon gemacht. Regt euch also nicht auf. Nächstes Gebiet. Gar nicht. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. Komm, bitte. Wo bist du jetzt hingegangen? Okay, hier kannst du nicht hingegangen sein. Hier musst du hingegangen sein. Da bist du doch. Gut, alles ist okay. Komm, weiter. Shit. Nein. Der Typ ist eindeutig zu schreckhaft. Miest, Miest. Aber du kommst ja wieder zurück. Du bist ja ein guter... Ein guter... Ein gutes Widerstandsmitglied. Ne? Reift schön weiter. Scheiße. 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 Da oben bist du. Gut. Jetzt darf ich dich nur nicht aus dem Blick lassen, wo du weiterläufst. Und du läufst schön wieder zurück. Genau. Läufst hier runter. Oh, nicht gut. Gut. Gut, gut. Schön leise sein. Ja, ja, ist ja alles okay. Ich leg das irgendwie ein bisschen mit den Ladezeiten auf. Ich finde das schade. Ich finde das schade. Oh, shit. determine ich es hier wohl nicht. ивöchst. Mann. Mann. Mann.